Dein Kataknismus kann dich nicht retten. Wir müssen uns beeilen. Glücksbringer! Okay, ich hab einen Plan. Hör zu. Sobald du ihn berührst, rufe ich meine Kraft herbei und wer weiß, was dann mit dir passiert. Wir müssen ihn uns nicht nehmen. Ich verwandle dich in meinen Diener und befehle dir, die er mir zu geben. Gib ihm, was sie wollen. Jetzt! Illusion! Kekno! Nein! Marius! Schnapp sie! Nein! Nehmt euch erst ein Irraculus! Kommt zurück! Danke, Miladies. Um Schnurhaaresbreite hätte es eine Katzastrophe gegeben. Dafür sind Freunde doch da, Mietzekatze. Okay, ihr beide macht euch jetzt auf den Weg zum Pool. Was ist mit dir? Ich beschäftige unsere Gäste. Rina Rusch erklärt dir den Rest des Plans. Schnappt Ladybug! Holt euch ihr Miraculous! Ihr kümmert euch um sie und ich mich um Marinette. Du bist dran, Prinzess! Du verrätst mir jetzt dein Geheimnis, Marinette. Gleich wirst du einfach alles machen, was wir von dir verlangen, Ladybug. Und als erstes gibst du uns auf der Stelle dein Miraculous. Endlich! Du kannst nirgendwo hin! Illusion, verschwinde! Kataklysmus! Kataklysmus! Danke, Ladybug. Deine dunklen Zeiten sind vorbei, kleiner Akuma. Gleich musst du nicht mehr böse sein! Hab dich! Tschüss, kleiner Schmetterling. Miraculous Ladybug! Jack! Das sagt uns Sie nicht, wahrscheinlich haben! Ist mit dem produção zuس olmaz. Ich muss mich jetzt, meine Freunde, wenn dich denn 0 Uhr ole tun magstätzt ern! Ich würde das mal DEN! Jangan vじゃ nie!